Happy Birthday to you! Herzlich Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max und ich spiele BR Ranked und danach CS Mode wie immer. Viel Spaß! Die erste Runde geht los Battle Royale Ranked. Mal schauen wie wir uns schlagen. Das ist der neue Charakter. Den kann ich mir noch nicht kaufen, aber vielleicht muss man sich den ja auch erst mal frei spielen, dass man ihn dann kaufen kann, weil man kriegt ihn später geschenkt. Ich weiß es noch nicht. Ich spiele meine eigene Regel wieder. Nur das einsammeln, wo der Computer sagt, sammle das ein, den Haufen. Der Computer sagt ja mal vorwiegend, sammle das eine Teil ein von den Haufen. Ich sammle immer den ganzen Haufen ein, weil ich halt hier das Automatik Sammeln drin habe. Und Waffen darf ich nicht wechseln und ich probiere mit jeder Waffe, die ich habe, jemanden zu killen. Jetzt habe ich eigentlich noch den. Ich wollte eigentlich mein Skin wechseln und mein Charakter. Naja egal. Ich spiele heute mit Inia ohne Klamotten. Oh, da. Erste Nachricht. Oh, da. Da hinten rein. Okay. Okay, dann machen wir so lang. Ne. Ne. Diese hier darf ich einsammeln. Diese Türmchen. Ich muss was anderes einsammeln, sonst komme ich da nicht lang. Ne, kein Miniuci. Hier vibriert doch was. wo ist denn das handy ich höre es aber ich sehe es nicht ach da oben da komme ich jetzt nicht hin wer ist denn das hallo hallo ja hallo kumpel angerufen aber da noch mal hallo jetzt richtig ja deine karten deine karten mtg ja kein problem ja kein problem ok bis dann tschüss ok weiter gehts sorry wegen ablenkung also ja mit der mini gun habe ich jetzt schon gekillt und jetzt sind wir als nächstes die mp dran dann als nächstes jetzt diese hier das ist glaube ich wie hieß die ich weiß es jetzt nicht wie heißt an an schieß mich tot ach fnv ich dachte das wäre die an an 90 wäre das glaube ich dann gewesen ich weiß es nicht egal gut warte gehts mit dem brauche ich jetzt den kill und danach noch mit der keule jetzt suche ich erstmal schnell einen pilz bei die darf ich ja auch so einsammeln wie gesagt waffen darf ich nicht wechseln und ich probiere mit jeder waffe ein kill zu machen gut meine ep ist voll jetzt muss ich mal ein bisschen schnell zu einer sicheren zone laufen wie weit ist denn die weg ist aber ein weiter weg ich glaube da brauche ich ein auto für ein bisschen schneller laufen da ist ein auto da ist ein auto naja ok schaffe ich auch so rechts haben wir vorbeigefahren der spieler sicher drin bin ich und die zone wird wieder kleiner da tut er da ja letzte woche genau vor einer woche am freitag konnte ich ja nicht spielen da ging irgendwie free fire wieder nicht habe ich ja öfters mal dass es nicht geht aber hatte ich schon längere zeit nicht mehr gehabt dass es nicht mehr ging konnte ich ja nicht spielen letzte woche freitag am montag ging es ja wieder jetzt kam wieder ein update raus da musste ich jetzt updates runterziehen ein bisschen downloads machen damit ich hier wieder spielen kann wieder spielen kann ich bin oh oh dominating um 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 ach ich darf doch nichts einsammeln ich kann ja sowieso nichts mehr einsammeln ich kann noch ein bisschen Helm einsammeln das genau komm hierher ich brauche noch einen kill mit der Keule ach Mensch bleib stehen bleib stehen dreh dich um bleib stehen bleib stehen bleib stehen bleib stehen bleib stehen Junge, Junge, Junge ach Mensch warum kein Crit oh das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht immer mein Gespiele hier egal ich würde mal sagen es geht weiter mit CS und viel Spaß die nächste Runde geht los CS ich kaufe hier erstmal Rüstung dann mein Pilz das ist so mein Start Equip was ich mir hier mal kaufe USP USP da sind einer da hüpft einer da hüpft einer da hüpft einer die 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 das die 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 Wee, nice thank you oh, we've managed it, nice gut jetzt aber es ist die zweite runde und ich bin jetzt auch erst mal nur muss ich ich hab mich schon aus ach das war diese runde Hadeech! 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 Egal! Jetzt wird's erspannend! Was bedeutet das? Da ist ein Drache! Oh! Ich hab ja gar keine Rüsi mehr! Oh! Ich hab ja gar keine Rüsi mehr! Oh! Ich hab ja gar keine Rüsi mehr! 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 Oh! Das ist nicht Goat! Ähh, ich nehme was nehme ich denn hier? Uhhh. 1st blood 1st blood ok schnell rein sammeln hab ich gekriegt? ne nicht schade eine spritze reparatur kit zwei pilze hier gibt's ressourcen ok müsste reichen hier gibt's ressourcen hier gibt's ressourcen ne brauche ich nicht danke danke tschön gegner gesichtet hm ja 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 ich das ist ja 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 das ist freundlich ich werde jetzt meine mp5 auf die mp5 und das ist ja ein reichel eigentlich hier gibt es ressourcen ich habe noch Das ist dann das hier Okay. Hilf mir! Thanks! Das ist nur noch der eine. Oh, ja, nice. Haben wir doch noch gewonnen. Das war doch mal ein schöner Sieg. 2100 Schaden habe ich gemacht. Ihr habt gut gespielt. Sehr gut. Und vor allem war leider keiner besser als ich. Aber das war es für heute. Deswegen sage ich Dank für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal nicht dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.